Und das gesamte Disneyland stellt sich nun über eine Frage. Wo ist dieses verdammte Schlewitsch? So Leute, jetzt müssen wir uns wirklich mal zusammenreißen. Zwei, Rosi ist jetzt bei dieser knackten Puka Outers abgeblieben und unser Schlewitsch. Der Rosi ist seit dem Leben schon mal so schnell gerannt, man sollte ihn in den Kugeln platzen. Aber, wo sind wir jetzt eigentlich durchgenommen? Genau, ah, da gucken wir mal. Sieht aus wie Berlin. Also Leute, wir müssen uns jetzt echt was einfallen lassen. Naja, in einer Stunde will dieser Prinz Potter Schlewitschneier an. Wo ist Schlewitschneier? Leute, ich hab mal hier eine... Vielleicht hilft's. Wo ist die Gestein verkreisen? Und alles wird gut. Seit 13 Jahren ist das schon gut. Wo ist die Gestein? Wo ist die Gestein? Wacke bei der Schubkasse? Wie ist die Gestein? Wo ist die Gestein? Wie ist die Gestein? Wie ist das, ist das, ist das, ist das? Also, das ist das, ist das, ihr happened. Wir haben hier, die Gestein. Wie ist die Gestein? Wie ist die Gestein? Wie ist die Gestein? Aber geht bald für Schubkasse? Ja. Nein! Wie denn? Na, so. Na, so. Na, so. Na, so. Ja, zwei. Kiffen macht blöd. Nein, nein, nein. Wüsste eigentlich, dass Jamaika jetzt die Nationalfarbe in der Land von Schwarz, Grün, Gelb auf Weiß, Blau, Magheta nur mit denen ich ja an diese blöde Koalition denken kann. Aber uns, da ein Volksmodell. Volksmodell, auf Volksmodell. Da hat die Kohlenbetriebe und Windräder sind noch eins an. Ja. Barty Schulz. 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 Die Freude. Die budge AFD, die bin ich nicht Gauder, die Bっちゃ AFD, die bin ich nicht Meulen. Die Bっちゃ AFD, AFD. Die scheit ich für die Bっちゃ AFD, AFD die Freude. Die Bっちゃ AFD, AFD. Die Erfrock. Die Bっちゃ AFD, die bin ich nicht erwert, die Bっちゃ AFD. Als ich sie den Ding du ... Musik Puh Ist nicht mal was los im Bundestag Die Frau der Petrie Weißt du Wie die sich in der Vermögen vorbei begrüßen Keine Ahnung Mit Petrie Haye Ich krieg hier ein Knast Ich hab ein vorspriches Fressfleisch Zwei Wirklich Schnitzel in der Hand Schnitzel in der Hand Zwei Pizzerias Drei Dillwoment Das ist ja wie ein Weltschnitz Da gibt es keine Schnitzel Jetzt wo du sagst Pizzeria Fällt mir was ein Warte mal Lass mich mal überlegen Wir waren doch gestern Abend in diesen Leiten Wie hieß denn der? Warte mal wie hieß denn der? Inflakant 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 Da waren wir mit Schnitzel Ja jetzt mal hin Komm das mal du Da ist ein Schnitzel Menschen Wir haben dich Stückenbara lang gesucht Geht's doch gut Geht's gut Pinocchio Lieg Pinocchio Lieg wie du nur kannst Lieg Und du kannst Drei Mal Ehhh Nein Was ist denn jetzt eigentlich mit dem Prinz? Prinz! können wir Wein Super-Syporeat, dem hängt jetzt so das gewisse Etwas. Ja, das gewisse Etwas! Die machte Pferde schwarzen, dimensional, ob Franz oder Karl, bei der Dinger war sie stur, sie sucht die Ruhm an der Pferde schwarzen, scheiß auf die Visur.